Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Alkohole. Schaut euch einmal diese komplizierte chemische Formel an. Und vergleicht sie bitte einmal mit dieser chemischen Formel. Was haben diese beiden chemischen Verbindungen gemeinsam? Schaut noch einmal aufmerksam hin und stellt die Veränderungen fest. Beide Verbindungen verfügen über die Gruppe OH. Beide sind Alkohole. Die rechte Verbindung heißt Methanol. Die linke Verbindung heißt Cholesterin. Methanol gehört zu den einfachsten Alkoholen. Er ist ein Alkanol. Cholesterin ist komplizierter strukturiert. Es gehört zu den anderen Alkoholen. Wir werden uns in diesem Video mit den einfachsten Alkoholen, den Alkanolen, befassen. Die Homologe Reihe der Alkanole. Ich möchte die ersten Vertreter mit Strukturformel und Namen aufschreiben. Dann werden wir die Frage klären, was eine Homologe Reihe ist. Ein einzelnes Kohlenstoffatom. An ihm befindet sich eine Gruppe OH. Und weiterhin hat es drei Bindungen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com